Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Seit einer Woche lade ich nun Tag für Tag Videos zum Samsung Galaxy S5 hoch. Jetzt wird es Zeit, dass ich mal einen Vergleich zum Galaxy S4 ziehe und euch meine Meinung dazu aufdränge. Lohnt es sich vom S4 auf das S5 abzugraden oder nicht? Das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Wir beginnen mal mit dem auffälligsten, dem Design. Das S5 ist wieder aus Polycarbonat, Metall gibt es vorerst nicht. Dreht man das gute Stück dann um, gibt es einiges zu sehen. Die neue Rückseite ist gummiert, fühlt sich in der Hand gut und sicher an, kommt in einem sehr umstrittenen Pflaster-Golfball-Look. Schöner als der Vorgänger? Das müsst ihr wissen. Ein Video zum Design findet ihr hier, dort seht ihr alles im Detail. Wie sah das S4 noch gleich aus? Polycarbonat vorne glänzendes Glossy-Plastik auf der Rückseite, also keine große Gemeinsamkeit. Dafür haben aber sowohl das S4 als auch das S5 einen Metall an aussehenden Kunststoffrahmen. Apropos Rahmen. Das Galaxy S5 ist im Vergleich zum Vorgänger größer und schwerer geworden. 15 Gramm schwerer, um genauer zu sein. Was echt nett ist, das S5 kommt mit einer IP67-Zertifizierung und soll somit staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt sein. Mehr als Regen wollte ich dem Ding trotzdem nicht zumuten. Ich bin da immer sehr vorsichtig, da Wassersicht einfach ein zu gutes Marketingmittel ist. Schwarz, Weiß, Blau und Gold sind die Farben, die es zu Beginn neben ein paar Art-Skins geben wird. Beim S4 hat Samsung da mittlerweile aber auch richtig nachgelegt. Wie beim Galaxy Note 3 findet sich an der Unterseite des S5 ein Micro-USB-3-Anschluss, der aber auch mit einem Micro-USB 2.0-Kabel verbunden werden kann. Und was gibt es in Sachen Display? Nicht so viel. Selbe Technologie, nämlich Super AMOLED. Ein Zuwachs um 0,1 Zoll auf nun 5,1 Zoll. Selbe Auflösung und dadurch 9 Pixel-Punch weniger und wie beim Vorgänger Gorilla Glass 3. Samsung sprach allerdings von überarbeiteten Sensoren, die das Display in Umständen anpassen. Vom Super Dimming mit 2 Candela pro Quadratmeter bis zur vollen Leistung mit 500 Candela pro Quadratmeter ist alles drin. Adaptive Display soll zusätzlich Kontraste, Weißwerte und die Farben regulieren. Es ist Kamerateim und hier wird es deutlich spannender. 16 Megapixel, damit 3 mehr als beim Vorgänger, Videoaufnahmen in 4K und ein gigantisch schneller Autofokus, der innerhalb von 0,3 Sekunden fokussieren soll. Klingt cool und klappt in meinen ersten Tests auch locker. Dazu kommt ein Live-HDR-Modus, der sowohl in Fotos als auch Videos für perfekte Farben und Licht sorgen soll. Das klingt schon echt stark, da HDR-Aufnahmen mittlerweile in Videos unmöglich waren und bei Fotos einige Sekunden Bearbeitung in Anspruch nahmen. Samsung nennt es HDR Rich Tone. So klingt das vielleicht noch eine Nummer besser. Selective Focus erlaubt es uns, einzelne Bereiche scharf zu stellen, sodass eine Tiefenschärfe entsteht. Ich glaube, ihr kennt das. So lassen sich beispielsweise Personen auf Fotos scharf stellen und der Hintergrund verschwimmt dann quasi. Ermöglicht wird das Ganze durch ein Companion-Chipset, einer Mischung aus Bildsensor und einem PDAF-Modul, welches sonst in Spiegelreflexkameras verwendet wird. Die Frontkamera wurde ein bisschen ver-megapixelisiert, sage ich mal, aus zwei Werten nun 2,1 Megapixel. Interessiert an einem Testvideo? Verlinke ich euch. Kommen wir zur Software. Samsung setzt natürlich wieder auf TouchWiz, den einen freut es, den anderen nervt das ziemlich. Genau wie MyMagazine und S-Health wurde die Oberfläche aber verändert, auch dazu habe ich ein Video für euch. Neu sind die Toolbox, der Private-Mod und der Kids-Mod. Die Toolbox liefert 5 Verknüpfungen zu unseren Wunsch-Apps, der Private-Mod verschlüsselt unsere Fotos und andere Medien per Fingerabdruck und im Kids-Mode, ja, da gibt's für die Kinder ein bisschen was zu spielen. Internet? Jebbit. Dank LTE Cat4 und WLAN 802.11ac plus MIMO oder MIMO sogar sehr schnell. Und für Downloads gibt es den Download-Booster, der WLAN und LTE quasi verbindet und 1 GB in 30 Sekunden herunterladen soll. Dazu kommen NFC und Bluetooth 4.0 Low Energy. Was es sonst noch gibt, einen Fingerabdrucksensor, der anders als Touch-ID mit einem Wisch von oben nach unten funktioniert und das sogar ganz gut. Auch dazu wieder ein Video. Dieser sitzt wie schon vorher erwartet im Homebutton und ist dort auch gut positioniert. Beim HTC OneMax hat man das auf die Rückseite gepackt. Ich sag mal nicht so geil. Auf der Rückseite gleich unter der Kamera gibt es dafür hier nicht nur ein Fotolicht, sondern auch einen Herzfrequenz-Scanner. So könnt ihr also ganz leicht euren Puls messen, wie das funktioniert über Infrarot. Angetrieben wird das S5 durch einen überarbeiteten Qualcomm Snapdragon 800, der dann 801 genannt wird und auf 2,46 GHz getaktet ist. Er kommt mit vier Kernen daher, ist also ein Quad-Core-Prozessor. Und obwohl das Note 3 älter ist, kommt dieses mit 3 GB RAM. Das S5 muss mit 2 GB auskommen. Unter der Tetris-Oberfläche läuft die aktuellste Android-Version 4.4.2 KitKat und ab 1. Nein, Verzeihung, ab 11. April soll das Galaxy S15 auch zu haben sein. Das dauert dann doch ein bisschen lang, liebe Damen und Herren bei Samsung, oder nicht? Einen Preis gibt es derzeit noch nicht. Vorbestellen lässt es sich aber beispielsweise bei Amazon. Trotz IP67-Zertifizierung bleibt der interne Speicher erweiterbar und der 2800 mAh starke Akku kann ausgewechselt werden. Dazu einfach die Rückseite abnehmen und los geht's. Dank Ultra Power Saving Mode soll der Akku mit 10% Restladung noch 24 Stunden im Standby überstehen. Video, ei. Und was bleibt jetzt als Fazit zu sehen? Im Apple-Jargon hieße es wohl S4S. Das S5 ist eine gute und notwendige Weiterentwicklung des S4. Der Wow-Effekt überkam mich allerdings irgendwie gar nicht. Ein Metallgehäuse oder ähnliches hätte mich da schon ein bisschen mehr umgebombt. Die Änderungen sind gut implementiert, aber meiner Meinung nach kein Must-Have und vor allem kein überzeugender Grund, um vom S4 abzugraden. Wer allerdings auf Spielereien wie den Fingerprint oder den Herzfrequenzmesser steht, der darf natürlich gerne aufrüsten. Ich persönlich hätte ich ein S4, würde es allerdings nicht tun. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Wie seht ihr das? Lot ist sich aufzurüsten, holt ihr euch das Galaxy S5? Was gefällt euch und was taugt euch so gar nicht? Und das sollten auch meine letzten Worte sein. Ich habe fertig. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.